So langsam beginnt die Wallstreet zu realisieren, dass ihre Goldilocks-Erzählung, also eine starke Wirtschaft, bei der wundersamerweise dennoch die Inflation fällt, weswegen die Fed dann die Zinsen deutlich senken kann, nicht so richtig funktioniert in der Realität, denn die Inflation bleibt relativ hoch. Darauf reagieren die Anleihenmärkte mit steigenden Renditen und die Aktienmärkte, die lange die Frage ignoriert haben, wann und wie oft die Zinsen sinken werden, bzw. sehr viel Hoffnung hatten, diese Hoffnung sich dann zunehmend pulverisiert haben, dass die Zinsen sinken. Aber man hat sich gesagt, egal, wir haben KI, Schwarm drüber. Jetzt scheint man die ganze Geschichte ein bisschen ernster zu nehmen, denn die Inflation ist hartnäckig, weswegen die Fed wahrscheinlich deutlich weniger bis gar nicht die Zinsen senken kann. Und das führt dann dazu, dass wir eben steigende Renditen sehen, das heißt Geld wird teurer. Wir sehen Risiko-Assets, Liquiditäts-Assets wie Bitcoin fallen, aber Gold und Silber etwa, die ja auch ein Inflationsschutz sind, sich normalerweise aber schon eher parallel mit den Renditen verhalten. Das geht nach oben. Wir sehen Gold auf neuem Allzeithoch, wenn wir uns die ganze Geschichte hier mal anschauen. Heute Nacht neuer Rekord, der zwischenzeitlich, wir sehen auch Silber auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren, also auch Silber springt an. Und das alles in diesem Zinskontext, in diesem Inflationskontext, in dem aber Bitcoin nicht so gut läuft. Und Olga Cipic sagt, Gold steigte, während eben Bitcoin tendenziell jetzt korrigiert hat. Und er führt das darauf zurück, dass Bitcoin jetzt in den letzten Monaten doch deutlich korrelierter war mit Risiko-Assets, zum Beispiel mit den Magnificent Seven, also den sieben großen Tech-Aktien. Da gibt es eine Korrelation von 0,63. Bitcoin und Nasdaq 100 hat eine Korrelation von 0,58. Bitcoin und S&P 0,54. Also eine relativ hohe Korrelation Liquiditäts-Assets, könnte man sagen. Und das wird nochmal durch Daniel Kostetsky hier klarifiziert. Der sagt, ja, aber schaut euch mal die Reserve Balances with Federal Reserve Banks an. Also praktisch die Liquidität im Bankensystem in den USA, wenn man das mal so ein bisschen runter bricht. Und hier haben wir eine Korrelation zwischen der Liquidität im Bankensystem in den USA und Bitcoin von 70%. Also eine sehr, sehr starke Übereinstimmung. Das spricht dafür, dass Bitcoin eben vorwiegend ein Liquiditäts-Asset ist. Wenn also viel Liquidität da ist, dann ist das gut für Bitcoin. Weswegen Bitcoin seine Allzeithochs im Bereich, glaube ich, 67.000, 68.000 im Jahr 2020, 2021 gemacht hat, als die Fed die Zinsen auf 0 gesenkt hat und Quantitative Easing betrieben hat. Jetzt eine Allzeithoch gemacht hat wegen den ETFs, aber wegen der Hoffnung auf sinkende Zinsen. Und diese Hoffnung, die wird jetzt zunehmend geringer, weswegen Bitcoin offenkundig hier Schwierigkeiten bekommt. Und es gibt ja die sogenannte Sailor-to-Shift-Ratio, abgeleitet von Michael Sailor, der Herr hier rechts, der im Grunde ein Schneeballsystem mit Bitcoin aufbaut, indem er permanent gehebelt Bitcoin kauft, sich dabei verschuldet und damit einen wahnsinnigen Hebel hatte. Das geht so lange gut, bis es halt nicht mehr gut geht, weil etwa Bitcoin fällt. Jetzt sagen viele, Bitcoin ist das natürlich. Bitcoin fällt nicht, kann nicht fallen. Und Peter Schiff hier links, der Mann, der ja ein Gold-Bug ist. Und es gibt hier die sogenannte Nullerlinie in dieser Relation Bitcoin zu Gold. Und diese Nullerlinie ist oft ein sehr gutes Signal, auch für die Aktienmärkte fällt, nämlich Bitcoin zu Gold. Tendenziell ist das ein Risk-Off-System, weil Gold eben doch mehr noch als sicherer Hafen fungiert als Bitcoin. Und hier sehen wir mal im längerfristigen Chart, dass Gold zu Bitcoin deutlich gefallen ist in der Summe. Aber nun einen Boden auszubilden scheint. Unten sehen wir mal Nasdaq in Relation zu Gold. Da kommen wir oder sind an einer Trendlinie erstmal gescheitert. Also da ist durchaus jetzt eine bessere Performance von Gold in Relation zu Bitcoin nicht unwahrscheinlich. Und jetzt gucken wir uns mal die Relation an, das Verhältnis an zwischen realen Assets, Rohstoffe, Real Estate, also Immobilien im weitesten Sinne des Wortes, gegen Finanzassets, also Aktien, Long-Term-Government-Bands, also praktisch Staatsanleihen und dann sehen wir reale Assets. Also das, was ich anfassen kann, das ist auf Allzeit hoch, Allzeit tief in Relation zu Finanzassets wie Aktien und eben Staatsanleihen. Und da könnte durchaus langsam ein Comeback mal anstehen, weil wir schlichtweg ein bisschen übertrieben haben, möglicherweise, was das Aufblähen von Vermögenspreisen betrifft, eben gerade bei Aktien. Hier sehen wir mal den Buffett Indicator, also das Verhältnis des S&P 500 in Relation zur gesamten Wirtschaftsleistung der Amerikaners, also S&P zu GDP. Und hier sehen wir, naja, wir waren schon mal ein bisschen höher, das war in die Corona, aber jetzt sind wir fast da, wo wir in die Corona gewesen sind. Wir sind deutlich höher als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Und das sagt uns etwas, das sagt uns eben, dass diese Inflationierung von Vermögenspreisen, vor allem bei Aktien, eben, naja, ziemlich weit gediehen ist. Und dementsprechend Gold vielleicht jetzt darauf reagiert und sagt, das ist ein bisschen too much, was hier gelaufen ist. Zumal, wenn die Zinsen nicht so sinken. Ich hatte gestern ja thematisiert, dass die Inflationserwartungen steigen. Nächste Woche kommen die Inflationsdaten. Die dürften dann sehr stark auch durch steigende Energiepreise und Rohstoffpreise getrieben sein. Die Märkte jetzt hawkischer als die FED, weil die FED Fund Futures jetzt weniger als die drei Zinssenkungen einpreisen. Gestern hat sich Daily geäußert, die San Francisco FED-Chefin eher dovisch unterwegs. Also eher im Lager derjenigen, die tendenziell zu Zinssenkungen neigt. Aber die sagte gestern, there is no urgency to cut rates. Also es gibt keine Dringlichkeit, die Zinsen zu senken. Und Mester, ebenfalls der FED-Mitglied, eher hawkisch unterwegs, sagt, ich will mehr Inflationsdaten sehen, bevor wir die Zinsen senken. Aber sie sagt auch, die Gefahr, zu früh die Zinsen zu senken, ist höher als die Zinsen zu lange restriktiv zu halten. Und all das mit einem starken Arbeitsmarkt, mit der sehr starken oder relativ starken, soliden US-Wirtschaft, da müssen wir das Risiko nicht eingehen, die Zinsen zu früh zu senken. Heute um 18.10 Uhr deutscher Zeit, 12.10 Uhr kalifanischer Zeit, wird sich nochmal Cherumi Paul äußern über den Economic Outlook. Was soll er viel anderes sagen, als was er letzten Freitag gesagt hat, als das, wo er praktisch letzten Mittwoch gesagt hat. Eigentlich ist da nicht so wahnsinnig viel zu erwarten, aber vielleicht wird der Cherumi schon ein bisschen sich äußern zu diesen veränderten Aussichten. Wir sehen auch asiatische Aktienmärkte unter Druck, eben wie gestern auch die Wall Street, weil die Zinssenkungshoffnungen ein bisschen schwinden. Und unten sehen wir mal den City Economic Surprise Index, der wieder ein bisschen angesprungen ist. Das heißt, die US-Konjunkturdaten sind wieder etwas besser geworden. Und US-Konjunkturdaten auch das Stichwort. Heute um 16 Uhr werden wir bekommen den ISM-Dienstleistungsindex. Und wir erinnern uns, am Montag, als hier Feiertag war, gab es ja den ISM-Gewerbeindex in den USA mit stark steigenden Preisen. Wir sehen also, dass die Inflation im Gütersektor wieder stärker wird. Deswegen wird man jetzt mal auf den Dienstleistungssektor gucken, der sich so ein bisschen in Relation zu Gewerbe abzuschwächen scheint. Wichtig hier vor allem die Preiskomponente, die zuletzt wieder sehr hoch war, mit 58,6. Alles über 50 heißt, die Preise steigen zum Vormonat. Wahrscheinlich würde die Wall Street schon feiern, wenn wir bei 55 sind. Was aber bedeutet, dass eben die Preise zum Vormonat doch weiter steigen, auch wenn vielleicht nicht mehr mit der Dynamik. Also 16 Uhr da mal einen Blick drauf werfen. 14, 15 bekommen wir die ADP-Arbeitsmarktdaten. So eine Art Vorausschau auf die großen Non-Farm-Payrolls, die wir dann am Freitag bekommen. So oder so. Die Renditen sind gestiegen auf dem höchsten Stand seit dem Herbst letzten Jahres mit in der Spitze 4,4%. Durchaus möglich, dass wir jetzt noch mal ein bisschen zurückschnappen bei der Rendite. All das haben wir gestern ja schon ein bisschen gesehen, aber das Gap ist eben sehr groß zwischen Anleiherenditen, die also bestimmen, wie teuer Geld ist und dem, was an den Aktienmärkten, die ja vorwiegend auch Liquiditätsgetrieben sind, passiert. Wir haben also relativ teure Liquidität, aber dennoch sehr, sehr hohe Assetpreise. Das passt irgendwo nicht zusammen. Diese Lücke müsste kleiner werden, ist gestern ein bisschen kleiner geworden, auch wenn wir uns dann zum Schwedenhandel noch mal erholt haben ein bisschen. Wir sehen die Small Caps, die ja zuletzt gesucht waren, also die kleineren Werte, die zuletzt in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen sind, viel schlechter gelaufen sind als Tech etwa. Die sind wieder unter Druck gekommen, sehr, sehr viel Rot hier am Start, vor allem aber der Energiesektor, das war gestern der stärkste Sektor, der zeigte, dass da möglicherweise etwas sich geändert hat. Das sehen wir in den Renditen hier nochmal und wir sehen, wenn Sie links unten den S&P 500 sich mal angucken, was wir eigentlich aus diesem Aufwärtstrendkanal erstmal rausgefallen sind, kommen wir wieder rein durch eine Wunderheilung, die es zuletzt ja so oft gegeben hat. Rechts sehen wir TLT, das ist ein Anleihe-ETF, das langlaufende US-Staatsanleihen abbildet. Wenn da der Kurs fällt, dann steigt die Rendite, wir sehen, der Kurs ist gefallen, aber dann so eine kleine Umkehrkerze, eine positive, also vielleicht setzt sich das fort und wir sehen, fallende Renditen wäre nochmal eine Chance für die Aktienmärkte sich zu erholen, aber wir haben The Smell of Inflation, of Stackflation genauer gesagt, also den Geruch der Stackflation, denn hier sehen wir mal den Bloomberg Inflation, den City Inflation Surprise Index, das ist das, was hier deutlich nach oben weist, also der Inflation Überraschungsindex und die Überraschung ist tendenziell ganz deutlich auf der Oberseite, während der Growth, Economic Growth Index von Bloomberg auch wieder gestiegen ist, aber eben doch deutlich schwächer ist, als eben der Preisdruck offenkundig in der US-Wirtschaft und dieser Preisdruck, der kommt eben auch durch die Rohstoffe. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen dem Rohstoffindex und der CPI, Headline CPI, also Inflation und Rohstoffpreise und hier sehen wir, dass zuletzt die Rohstoffpreise deutlich gestiegen sind, das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gerade schlecht ist, dass eben die Inflation diesen gestiegenen Rohstoffpreisen folgen wird, die bisher ja eher deflationär unterwegs waren in den letzten Monaten. Da kam mir die Inflation nur aus dem Dienstleistungssektor. Wenn sich das ändert, dann haben wir wahrscheinlich nach wie vor Inflationsdruck im Dienstleistungssektor bekommen, aber jetzt noch dazu eben den Inflationsdruck aus dem Gütersektor und unter dieser Voraussetzung finde ich es erstaunlich, dass die Märkte nur eine Wahrscheinlichkeit von 1,7% sehen, dass in 2024 die Zinsen überhaupt nicht sinken. Ich würde da eine Wahrscheinlichkeit von deutlich unter 50% sehen, aber eben auch deutlich über 1,7%, denn wenn jetzt die Inflationsdaten zum Beispiel nächste Woche wieder hoch sind, die Fed weiter ihre Zinssenkungspläne verschieben muss, dann kommen wir immer näher an die Wahl ran und dann wird die Fed vielleicht aus politischen Gründen schon sagen, wir halten uns mal zurück, wir machen jetzt erstmal gar nichts. Wir werden sehen, auf jeden Fall ist das ein riesiges Thema für die Aktienmärkte, die jetzt noch so ein bisschen das Problem haben, dass wir in der Blackout Period sind auf der einen Seite, also die Unternehmen, US-Unternehmen, immer mehr Unternehmen in den USA keine eigenen Aktien zurückkaufen können und am 15. April eben hier die Steuern gezahlter werden müssen, sodass oft im Vorfeld die Kurse schwach sind, danach sich dann meistens besser entwickeln. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird, meine Damen und Herren, auch bei der Religionsgemeinschaft Tesla herrscht der Blues, die uns ja und mir vor allem noch immer erzählt hat, Fugmann, null Ahnung, Tesla, das Ding der Zukunft. Nun muss vielleicht der Elöl alleine auf dem Mars fliegen und wir bleiben hier, wenn die Gesicht schief geht. Jetzt gab es ja gestern enttäuschende Absatzzahlen, aber auch jetzt neue Zahlen aus China. Sehr, sehr schwache Absätze. Der Marktanteil in China im Elektroautomarkt von 10,5% auf jetzt nur noch 6,7% geschrumpft und das dürfte sich noch weiter verschlechtern, weil die Chinesen ja eine riesen Offensive fahren. Immer mehr Elektroautohersteller, immer mehr versuchen sie hier den Markt zu dominieren und das wird für Tesla sehr, sehr schwer. Man versucht sich zu wehren mit Preisanhebungen, das dürfte ein Rezept sein, das wahrscheinlich nicht funktioniert und Tesla braucht ja viele Chips. Jetzt haben wir ein schweres Erdbeben in Taiwan, sodass, das war zwar im Osten Taiwans, aber auch TSMC ist teilweise hier oder bei TSMC ist teilweise die Chipproduktion eingestellt worden und hier eine Twitter-Aussage, ein Freund von mir ist in Taiwan da, ein Semiconductor-Guide, der sagt, das kann Tage, wenn nicht Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis man wieder hier voll produziert. Mal sehen, was da passiert. Tsunami-Warnungen sind raus. Tsunami ist jetzt nicht mehr das Stichwort für die Inflation in Deutschland, aber die ist gefallen und alle Hurra, gestern Tagesschau, die Inflation ist gefallen, es ist ja super geil, jetzt haben wir alles hinter uns. Nein, meine Damen und Herren, es wird dauerhaft eine hohe Inflation geben, wie Jörg Krämer hier zeigt, denn die Inflation im Dienstleistungssektor mit 3,7% sehr hoch, ist weiter gestiegen und wir haben Lohnabschlüsse, die sehr hoch sind. Das heißt, man geht hier davon aus, seitens der Commerzbank, dass die Kerninflation alleine schon wieder sich bei 3% einpendelt und das ist mehr als die EZB eigentlich sich wünschen könnte. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen, bevor ich sie in diesen Mittwoch entlasse, denn die erste lautet, Gold erreicht ein neues Rekordhoch, Silber nimmt Fahrt auf, erste Empfehlung oben hier diese Social Media Button, bitte fleißig anklicken, wenn Sie mir und Finanzmarktwelt helfen wollen, verbreiten Sie diese Artikel, hier wird erklärt, was da los ist, warum Gold steigt und etwa Bittercoin derzeit zwar sich jetzt wieder erholt hat, aber eben nicht so dynamisch am Start ist wie Gold und der DAX, der ja wie am Schnürchen gelaufen ist, korrekturfrei gelaufen ist, gestern nochmal einen Rekordhoch gemacht hat, ist das der Beginn einer Korrektur, das ist die zweite Empfehlung, die können Sie eben auch weiterempfehlen über diese Social Media Button, also die Links packe ich unter das Video und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.